Drei kurze Stücke zum Thema Selbsterfahrung. Missverständnis. Ich creme täglich sorgsam meine Falten, als wolle ich sie lebenslang behalten. Lass mich von Profis typgerecht gestalten und übe Charme und Witz, niveauvoll zu entfalten. Ich kaufe mir einen seidenen Pyjama und schmier aufs Brot statt Butter etwas Rama. Ein halbes Pfund zu viel ist schon ein Drama. Mit jeder guten Tat wächst auch mein Karma. Durch Yogatraining mehrmals wöchentlich ruhe ich in mir, privat und öffentlich. Es ist erstaunlich, was du tust für mich, sagst du und ist mein Schatz. Ich tue es für mich. Beim Friseur Wie geht es denn? Das wird ja Zeit. Nehmen Sie Platz, ich bin bereit. Auf Wunsch entwickle ich Ideen und trimme jede Frau auf schön. Haare muss man immer pflegen, mahnt er und will nahelegen. Wenn sie erst den Boden fegen, braucht man nicht mehr drüber reden. Grausam werde ich erinnert, dass sich Haarspliss stets verschlimmert, wenn man sich nicht darum kümmert, ob Haar stumpf ist oder schimmert. Er ermuntert mich zu Farben, die die anderen grad nicht tragen. Und ich könnte doch erhaben, mich am Neid der Restwelt laben. Im Vertrauen rät er keck, lassen Sie die Locken weg. Überzeugend schnippelt er mir den ganzen Nacken leer. Gern lass ich mir dann empfehlen, Fransen ins Gesicht zu gählen, denn wer will sich damit quälen, Falten auf der Stirn zu zählen. Endlich endet die Tortur. Nichts an mir ist noch Natur. In Härtefällen hilft dann nur aus Omas Schrank die Zweitfrisur. Warum nicht? Das Auge des Mondes zeigt uns Miro. Kandinsky greift mutig nach Farben. Als Meister des Dschungels gibt sich Rousseau. Van Gogh malt das Licht auf den Garben. Chagall lässt die Brautpaare fliegen und Clay kleckert kleinkariert Katzen. Loutrec scheint die Huren zu lieben. Bei Munch schreien entsetzliche Fratzen. Von Marc geschaffene Pferde sind blau. Kontur löst sich auf bei Cezanne. Picasso zerstückelt fast jede Frau. Also mach ich das, was ich kann. Das war's, was ich kann.